Es ist übelst heiß heute. Ich schwitze und bin in dem einzigen Raum, wo ich gerade meine Ruhe habe. Also relativ. Ich habe Milou hier mit ihrem Kätzchen. Aber ich denke auch passend zum Thema, was ich heute besprechen möchte mit euch, passt es auch ganz gut. Also sollte... Ja, was auch immer. Ich sage jetzt mal nichts. Genau, ich mache einfach. Also, ich spreche heute über das Gefühl Wut. Unter anderem inspiriert durch jemanden, der mich angeschrieben hat heute bei Facebook und gesagt hat, hey, erzähl doch mal mehr über die Wut. Weil ich im letzten Video so einen kleinen Anriss gemacht habe. Und es ist halt so ein großes Thema, dass es ein Video für sich verdient hat, wenn nicht sogar mehrere. Also sagen wir jetzt mal, das ist Video eins von meiner Gefühls-Videoserie und die nächsten Tage wird dann noch mehr dazu kommen. Dieses Thema liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen, weil ich das Gefühl habe, oder weil ich weiß aus meiner Erfahrung, dass meine Gefühle der Kompass sind für mein Leben. Meine Gefühle navigieren... Also meine Gefühle. Gefühle, ja? Es sind eine neutrale Energie, die mich durch mein Leben navigieren können. Und es gibt sehr viele Misskonzepte über Gefühle, finde ich. Und wir bleiben jetzt einfach mal bei der Wut, ja? Also mein Lieblingsglaubenssystem, Glaubensmuster, was ich hatte, war, dass Wut das Gegenteil von Liebe ist. Also wenn meine Eltern wütend mit mir waren, dann war das für mich direkt gleichzusetzen mit, die lieben mich jetzt nicht mehr. Ich weiß jetzt im Nachhinein reflektiert, dass das totaler Bullshit ist und gleichzeitig war das einfach so mein persönliches Glaubensmuster und ich habe es einfach über die Jahre, über die Reflexion erst erkannt, dass jemand wütend sein kann mit mir und Wut fühlen kann mir gegenüber. Das aber nicht bedeutet, dass die Person mich weniger liebt. Also manchmal bedeutet es sogar, dass der Person sehr viel an mir liegt, weil sie sich dafür einsetzt, dass ich etwas verstehe oder mir ein klares Feedback geben will. Dazu komme ich später noch näher. Das durfte ich durch meine Beziehung mit meinem Mann auch sehr lernen, der seine Wut lebt und seine, sage ich jetzt mal, archetypische Wut kennt und die auch einsetzt. Und das mich am Anfang total verstört hat und inzwischen ist es für mich, ja, einfach nur eine Bereicherung. Und ja, ich habe eben auch gelernt, mehr und mehr meine Wut einzusetzen. Und ich erzähle jetzt von welcher Wut ich spreche. Ich spreche nicht von der Wut, die zerstörerisch, aggro, gewalttätig ist, unverantwortlich. Und ich rede jetzt mal von der alten Landkarte, ja, die ich so hatte, die wahrscheinlich viele, viele Menschen in der modernen Gesellschaft haben. Ich werde nachher auch noch ein paar Buchlinks posten, Seminarlinks. Ihr könnt euch natürlich auch direkt bei mir melden, wenn ihr Resonanz spürt. Ich arbeite auch mit Menschen eins zu eins im Coaching. Online oder live. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr nach so Titeln kommen wollt. Genau. Und in der alten Landkarte sind Gefühle wie zum Beispiel Wut mit Hass assoziiert, mit Zerstörung im negativen Sinne. Und es wird mehr Männern zugeschrieben. Also Männer sind mehr so wütend und Frauen sind mehr so die heulen. Also das ist eben auch so dieses Aufteilen von Gefühlen auf Geschlechter. Das finde ich auch etwas, es darf auch aufgeklärt werden. Genau. Und ja, aber Wut ist geil. So, jetzt komme ich zum schöpferischen, positiven Teil dieser Kraft. Ja. Wenn wir unsere Wut nicht kennen und unsere Wut unterdrücken und sie verurteilen, dann wandelt sie sich in etwas Negatives. Dann wandelt sie sich in etwas Zerstörerisches. Dass wir zum Täter werden im Dramadräg. Oder dass wir zum Opfer werden und jemanden blamen dafür, dass er unser Leben ruiniert hat. Oder dass er dafür verantwortlich ist, dass es mir gerade nicht gut geht. Und dieser ganze Kram halt. Und wenn wir in den schöpferischen Teil gehen, in den lichtvollen Teil der Wut, in diese archetypische Kriegerkraft, dann können wir die Welt verändern. Unsere eigene Welt und die Welt da draußen. Mit dieser Wut sage ich, nein, so wie das auf dem Planeten läuft, passt es für mich nicht. Was ist das für ein Gefühl? Es ist Wut. Es ist nichts anderes als Wut. Es passt für mich nicht. Ich sage nein dazu. Ich setze Grenzen mit der Wut. Ich schöpfe mit der Wut. Also man sagt auch nicht nur nein mit der Wut. Man sagt auch ja mit der Wut. Man hat diese Schubkraft. Und auch wenn ich jetzt spreche, der Klarheit halber, dafür, damit ich euch das übermittle, was ich euch sagen möchte, was ich in mir fühle, was ich ausdrucken will, womit ich euch erreichen will. Dafür braucht es einen gewissen Prozentsatz an Wut. Ich nutze jetzt nicht 100% Wut, weil das ist überhaupt nicht nötig, aber vielleicht nutze ich gerade 15% meiner archetypischen Wut. Dass das, was ich sage, ankommt. Das ist auch diese Fokus- und Pfeilenergie. Eine Richtung. Direction. Zentriert zu sein. Zu wissen, das bin ich, das bin ich nicht. Also gerade sensitive Menschen wissen, was ich meine. Ihr seid irgendwie in einer Masse von Menschen oder ihr begegnet auch nur einer Person. Jetzt rennt die Katze das Stativ um. Wenn es mal nicht der Hund ist, das ist die Katze. Und dann ist es manchmal eben auch eine energetische Wut, einfach zu sagen, okay, das ist mein Space, das ist dein Space. Ich muss nicht deine Energien jetzt gerade übernehmen oder irgendwas. Genau. Und dann einfach zu sagen, stopp. Oder wenn jemand was mit euch macht, was euch nicht gefällt. Oder wenn euch jemand etwas sagt, dass ihr irgendwas seid. So, hey, stopp. Nicht mein Business, nicht meine Baustelle, was auch immer. Genau. Das können wir mit der Wut. Und ich merke, wenn ich meine Wut unterdrücke oder wenn ich irgendeine angesammelte Wut in mir trage, die ich nicht teile, dann wandelt die sich ganz schnell in Groll. Also ich bin zum Beispiel sauer, weil ich einmal mehr Teller abgespült habe als mein Mann. Und dann bin ich morgen früh angepisst und mache ihm keinen Kaffee. Obwohl ich das von Herzen gerne mache jeden Morgen. Sollte ich vor ihm aufwachen. Genau. Und das ist halt eben das Ding, dass wir uns wirklich bewusst sind, was macht uns wütend. Ich empfehle auch wirklich, wenn man mit Menschen zusammenlebt, sei das der Partner, sei das die Familie, sei das die Kinder, wenn die alt genug sind, ein wöchentliches Sharing zu machen. Über wie fühle ich mich. Natürlich auch immer ich. Botschaften senden und so weiter. Aber ich will jetzt gar nicht dahin gehen in die Kommunikation. Da könnt ihr auch noch tausend Videos zu aufnehmen. Es geht um die Wut. Es geht darum, dass Wut geil ist, dass Wut wichtig ist. Und dass Wut genau jetzt gerade, Jahr 2020, diesen Sommer, sau wichtig ist. Ja? Auch was euch für News begegnen, wo euch Leute mit irgendeiner Hysterie überschritten wollen. Und ihr sagt, hey, stopp! Das ist nicht... Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit diesen Ständer erlernt? Das ist nicht meine Baustelle. Das ist nicht mein Weg, mein Konzept. Also, ja, sich abzugrenzen. Genau. Summa summarum in die Richtung. Und ja, ich setze diese Energie meinen Kindern gegenüber auch ein. Mit meinen Kindern. Sie setzen die auch ein. Und wenn die wütend sind, dann sage ich auch nicht, jetzt schrei nicht so. Oder du musst dich doch jetzt nicht so aufregen. Ist doch nicht so schlimm. Sondern den Raum zu halten für diese Wut. Und zu sagen, hey, du bist gerade richtig sauer. Du bist gerade sauer. Und du fühlst dich sauer, ja? Man isst ja nicht das Gefühl, sondern man fühlt es halt einfach, ja? Dass es durchfließen kann. Ja? Und dass ich auch in meinem Leben Dinge ändern kann. Ja? Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr Ziele, die ihr nicht erreicht. Zu sagen, ich habe keinen Bock mehr von, keine Ahnung, 400 Euro im Monat zu leben. Ich will da eine Null dranhängen. Ja? Ich habe keinen Bock mehr Single zu sein. Ich möchte einen Partner haben. So, Punkt. Ja? Da kommen natürlich noch andere Gefühle davor, ja? Dass man die Trauer spürt, dass es nicht da ist. Und den Wunsch und die Sehnsucht, ja? Das ist nochmal ein anderes Gefühl. Aber was dann folgt, ist dieses Bäm. Und jetzt gehe ich vorwärts damit. Mit meiner Vision. Mit meinem Wunsch, ja? Ich möchte ein Schulprojekt auf die Beine stellen. Ich brauche ein Team. Ja? Dafür muss ich den Mund aufmachen. Dafür muss ich in die Welt raus. Dafür muss ich sagen, hier, das will ich. Wer ist dabei? Ja? Und auch mit diesem Scharfsinn. Scharfsinn geht nochmal in ein anderes Gefühl. Da ist auch noch Angst mit dabei. Angst ist auch ein sehr verpöntes Gefühl. Ich glaube, das wird mein nächstes Video. Boah, da könnte ich ewig drüber reden, über Gefühle. Wirklich. Also, meine Einladung. Schaut euch wirklich ganz tief an. Was habt ihr für Glaubensmuster? Oder was denkt ihr, was Wut ist? Wie geht es euch, wenn ihr wütend seid? Verurteilt ihr euch? Denkt ihr, ihr seid schlecht gelaunt, wenn ihr Wut fühlt? Ja? Und ist es eine kindliche Wut? Eine emotionale, aufgeladene Wut? Ja? Wo man vielleicht einfach tiefer mal schauen kann, was da im System hängt? Oder ist es eine Wut von wegen... Hey! Lass meine Freundin in Ruhe! Ja, genau. Ja. Und das, das gilt halt wirklich zu scannen. In was für einer Wut bin ich gerade? Ja? Und... Es ist so ein komplexes Thema. Es ist auch nicht einfach so, bim, okay, und jetzt shifte ich in High-Drama, statt in Low-Drama zu sein. Sondern, ähm... Es ist ein Weg. Es ist ein Weg. Und es ist eine Entscheidung. Und ich kann eigentlich auch in so kurzen Videos... Ich habe immer den Anspruch, dass ich euch so mega die Erleuchtungsglühbirne über den Kopf zauber. Aber ich kann euch nur Anstöße geben. Und ich kann euch nur eine Spark rüberschicken. Und, ähm... Ja. Findet einen Coach eures Vertrauens. Findet ein Buch eures Vertrauens. Geht in die innere Arbeit. Schreibt einfach mal nieder, ja? Was ist Wut für mich? Was habe ich über Wut gelernt? Ähm... Was kann ich mit meiner Wut erreichen? Ja? Vielleicht habt ihr zu wenig Wut in eurem System. Ja? Oder... Man hat immer Wut im System. Auf jeden Fall. Aber manchmal hat man so eine Schwelle an Taubheit. Dass man die Wut erst spürt, wenn die schon da oben an so einem Aggressionslevel... Äh... Dann merkt man das erst. Aber so ein kleines Stückchen Wut. So... Ey, knüttel deine Socken nicht da in die Ecke, sondern schmeiß sie doch in den Wäschekorb. Ich mache immer so Hausfrauenbeispiele. Ja, weil ich einfach auch gerade sehr viel Hausfrau bin. Oder... Ja. Sehr... Sehr... Sehr viel zu Hause bin. Einfach. Genau. Es ist auch einfach zu heiß draußen. Ja. Okay. Ich schweife ab. Ne, tue ich eigentlich nicht. Also... Ja. Das war eigentlich nur ein Beisatz. Und ähm... So lernt ihr mich auch kennen. So. In diesen Beisätzen. Und äh... Seitenwitzen. Und... Was auch immer. Ja. Ich freue mich total, dass ihr Themen bringt. Dass ihr Fragen bringt. Ich finde das total cool. Also ich möchte genau das. Also einen interaktiven Channel. Ja. Haut eure Fragen raus. Haut eure Impulse raus. Und... 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 Du musst aufräumen. Du musst aufräumen? Siehste? Da spreche ich von den zusammengeknüttelten Socken. Und... Sie kommt rein. Soll ich wohl aufräumen? Okay. Okay. Wollen wir aufräumen? Ja. Aber mit dem Wisbang. Mit dem Wisbang. Von dem Wisbang. Muss ich euch auch noch erzählen. Ich erzähle euch auch beim nächsten Mal, wo ich diese ganzen Sachen her habe. Und von wo ich inspiriert bin. Ich schreibe das mal in die... In die Beschreibung. In die... Ich will es zum Beispiel auch. Wut. Mama, kannst du mich die Blue-Bahn raus machen? Kann ich. Ganz viel Liebe zu euch. Und... Lasst es euch ganz ganz gut gehen. Und... Ähm... Fühlt mal. Fühlt mal. Fühlt mal. Fühlt mal. Tschüss!